Hallo Freunde, kurze Warte wie die Flühen, Prost, Ufo361 hat wohl mega Glück gehabt, in Galer will einfach in seine Modemarke investieren, doch mal Ufo, mein Gott, international vernetzt, seid ihr gegönnt man, wie gesagt, dieses Feature mit Future war auch mal richtig geil man, wie gesagt, Ufo hat die Kontakte überall man, Paris, Italien, USA, seid ihr auch gegönnt man, macht zusammen Collabo man, und vertickt ihr auf Balenciaga angelehnte Preise, macht Pulli 800 oder keine Ahnung, Jeans 1000 Euro, die Style High Fans werden es lieben und kaufen, wie gesagt, ist da ein oder andere Tausender mindestens drin, Ufo, da kannst du dir nochmal ein paar schönes Steak in Frankreich, oder ein schönes Baguette Brötchen reinmassieren in Frankreich, oder eine schöne Pizza in Italien reinmassieren, seid ihr gegönnt man, natürlich, ein paar fette Feature mit Galer noch, und dann ist das nächste Jahr einfach nur perfekt, meine Freunde, Okay, meine Freunde, das war's für einen Buss, aber nicht gleich, nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde